Okay, hallo Leute, was geht ab? Wir sind es wieder, ne? Sag mal hallo. Hallo. Hallo, genau, hallo. Was soll ich denn kurz vor der Fertigstellung? Okay, nec. Ich zeig euch das mal eben von oben. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Mir schon wieder so ein geiler Fehl. Bäm. Wir haben jetzt mit meinem Eingang und ich bin alles verbunden. Und? So. Cracker baut noch gerade daran, die Speicher zu connecten, dass wir die auswählen können. Und ich habe ein richtig geiler Fehl gebaut. Ich habe nämlich ein 5x6 Pixelbildschirm gebaut, anstatt ein 5x5 Pixelbildschirm. Somit habe ich eine Reihe zu viel gehabt. Nicht schlecht. Aber, Moment, danke. Vielen Dank. Bitte? Bitte? Aber, Moment, ähm... Sieht so, als ob der funktioniert. Problem ist nur, ich zeige euch das mal eben. Ihr seht, da ist ein R. Rrrr. Rrrr. Ich mache mal hier oben die... Okay, Cracker, komm mal her. Nun unterwegs. Du musst mal alle Schalter... Aufmachen. Das war mir leckt gerade. Rrrr. 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 verkehr hilft mir ja ich habe da im letzten video habe ich das ja verlinkt 100 fackeln ist und krieg 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 die witzig ja auf jeden fall wir werden jetzt mal gucken was wir noch etwas hinkriegen können ich will jetzt weitermachen oder aufhören wenn wir aufhören morgen weitermachen oder ich baue morgen am kein brech weiter was auch ein bisschen krank ist und sie sind von uns cool ich habe den cdc 10 10 px gebildet übertreibt nicht das ist noch eine firma größer als deins was nicht ausgerechnet ich habe bestimmt ganz lang für gebraucht das hat ungefähr eine sekunde also du hast mit 20 stunden also generell funktioniert ja hier nur das problem ist immer mit diesen vier fackeln und wer stellt sich immer jemand hin und macht die aus und an oder ich finde eine lösung für das problem genau laufen kreis mache ich verrückt das ist halt nein ich lass es nicht okay ich denke mir das war es jetzt keine hobbys oder okay bevor ihr geld ganz so drehen mache ich die aufnahme aus ich dachte ich sage tschüss noch du mal tschüss 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 tschüss